Eine Idee für den Winter und den Advent, das ist meine riesengroße Holzlaterne, in die ich ein weißes Tuch gelegt habe, den Engel mit einer Kette verziert, einfach Äste aus dem Garten oder aus dem Park, wie er kommt, daran kommt und dann Plastikkugeln, die halten immer einen Stern und die weißen Weihnachtssterne, aus künstlichen Materialien und da hat man immer eine Dekoration, die viele Wochen hält, bis vielleicht der erste Schnee dann wieder geschmolzen ist. Darin ist auch eine Lichterkette, eine LED-Leuchte und dann beleuchten wir das immer abends.